Uuuh uwu uuuh. Uh, IPIPPAN. Needless to say I keep on check, she was on back, never done that, callin' it quits now, baby, I'm a wreck. Nama kids, baby you're wrecked. Uuuuh. Mias. Son things you just can't refuse. Mias. 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 Ja? Hast du alles gepackt für die Schule? Ja. Ich würde nur noch mein letztes T-Shirt. Komm, du bist jetzt ein Erraschender, Mann. Zeig das deinen Lehrern. Na los! Wo ist mein Laptop? Wo hast du ihn zuletzt gehabt? Hey, wenn ich dich fahren soll, müssen wir jetzt los, klar? Nein, Dad, nein, 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 ich laufe. Persönlicher Chauffeur zum Ersten. Ist schon gut. Nein, Maria, ist ja nicht nur mit Ihnen los. Miles, du musst los. In einer Minute. Du musst los. In einer Minute? Mom, ich muss los. In einer Minute. Papa. Ja, Mami. Bis Freitag. Okay, Mami. Hasta luego. Oh, wen haben wir denn da? Hey, was geht ab? Hey, ich bin nur auf der Durchweite. Na, Alter, jetzt ist los. Hey, Tinko. Soll die bitte von der Viene? Seguro que si. Hallo, Miles. Hast du das Erdbeer letzte Nacht, was? Was redest du denn da? Ich hab letzte Nacht geschlafen wie ein Baby. Wie läuft es in der neuen Schule? Wie geschmiert. Wir vermissen dich, Miles. Ihr vermisst mich? Ich bin doch nicht weggezogen. Warte, du vermisst mich? Das war ja sowas von klar. Jetzt mal ehrlich, Dad. Laufen wär prima gewesen. iergresse.